DA hat heute den Bug, ich bin vom Apartment in die Garage, und auf einmal hatte ich den Hut nicht mehr auf. Ja, die alte Schneeketten drauf. Oh, Schnee! Guck! Schnee fällt von dem Himmel rein. schniefen schön die wieder fahren was ist mit der ronnie kreuz den kalender wochen kennig hat es auch schon mal mein namen gesagt aber er hat die sache oder bei ronnie sage ich auch meistens irgendwie erst ich weiß nicht warum ja mit mir gefällt sein name er hat sie klingt irgendwie so niedlich da muss sich einer beschweren über namen richtig sagen das hat sich bei mir so eingeprägt ja ich hoffe du bist mir nicht böse das hätte ich schon was gesagt das ist ruhig sagen achte je friede das besten gegeben kann ich kann kein auto fahren er hat mich darum geschubst danke du kleine muschi ich war kurz vor der fahrne weg und dann habe ich doch wieder drauf davon hast du mir nur angestoßen danke ja habe ich mitgekriegt oh jule ja weil du mich vorher getwitcht hast ey ich bin schon gar nicht stimmt aber jetzt noch trotzdem anders da vorbeifahren können du hast mich trotzdem berührt da ging doch schon mal eine hasche habe ich gegengelenkt und zack 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 weg war ich wir sind erst bei punkt 17 oder so ne ja ja das ist ein long distance rennen ja sind auch schon zweieinhalb minuten unterwegs das wollte ich damit sagen ja immerhin volle 100 punkte ist doch schön aufhol ist ja eingeschaltet gerne im schnee mal pirouette und du nicht du bist eingehakt in der leitplanke bei mir rems doch mal da vorne ich habe die tage face to face mit aufholen gespielt hat es ja voll furchtbar ja ja das kacke man kann es ja besser face to face ohne kontakt spielen fahrt ihr so husten oder habt ihr geschrien ne hat gerüstet meine tochter alles gut ich weiß kacke ich komme an euch nicht ran einfach mal zwei ebenso beiseite auch einfach mal so zwei weg getackelt aber wie schön bei den anderen entgegengesetzte richtung so ja so ich bin noch low level hat damit zu tun das ist wenn man zu geizig für winterräder ist ja eigentlich hätten wir alle mal hier die reifen mit wenig haftung aufziehen müssen wir hätten einfach andere banshee nehmen sollen stell dir mal vor alter ja wir ich habe die maximale steigerung banshee mit low grip geil ich war noch lange nicht da ich war gerade schön auf neun unterwegs er war so schön und dran jetzt ist er nicht mal schön und nicht mehr dran gut gehalten ja danke oder kommt ronnie von hinten ach da gibt doch schön worldwide und so wir wechseln guck doch mal ich gehe mal vom kurs dass ich euch nicht reinfahre ach das ist aber lieb das ist vorhin unten im graben jetzt aller liebste hoffentlich keinen blitz haben ist ja wie der film voll den schatt dich mal auf einen passen nachdem alle und so schnell wird unser sieb da achter zack 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 falsche spur falsche spur aber gestorben ja ja zack oh was hat denn hier gegenseitig machen wir können gegenseitig machen ich mache die offenschuhe du mir schuh wichser weißt du bist einer also kars ist ja schlimmste ich weiß schön rausgeschossen quasi wenn dich auch ich meine unter mir so ich meine du hast nicht so schön rausgeschossen aber wo die kurve das war an deinem plan ich glaube ich hätte noch beinahe verloren nur noch der grinsie hinter mir ja looping muss wieder los schönen abend euch noch und viel spaß danke rebecca ist denn was gesehen sie wurden licht aufgegangen war ich habe nicht gesehen zeigt man noch mal meine ich nicht wiederholung scheiße wir sechs nein ich kann sagen wir auf dem elften macht nichts aber ich wollte die ganze zeit er kommt auf den angeschossen und knallt mich da voll rein ja doch ich hing ja auch in der wand ja halt da naja die sind aneinander in der wind leute seid doch mal ein bisschen sozial bremst du mal ab alle machen die ja sogar automatisch natürlich aufholen wir kommen ja nicht daher gas geben und vielleicht vorwärts fahren also ich meine solange ich ihn auf der mini karte sehr alles gut meinen zweiten gang schalten rückwärts hier vorne kriegt man noch aber hier ist ein bisschen bei mir hängt Junge, was hat das denn? Massenkarambolage in der Kurve Ach die Scheiße Ach Ronny, da musst du da gar nicht hin Riesbohren, Scheiße Ich bin ja nicht so rausgehauen Ich glaube Ronny wollte erstmal schnell zur Freakwerkstatt Komm schon, das kriegen wir Zum Freak Shop, genau Wie ein Schatten Ja, aber nicht in den Kurven Alter, wir kommen links und rechts ziehen die vorbei Ich glaube nicht Oh 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 Was ist das denn hier? Nein Der Schmidt ist stark da Wir waren ja Kasi, ne? Ne Warum denn immer ich? Ich muss nicht mit dir gehen Na irgendwas grünet Oh Ich bin noch nicht alleine der grüne Das war meine Spur, du bist mir reingefahren Naja Zwei grüne dabei Ja Immer der grüne sagt er Oh Die zwei grünen fahren jetzt sogar noch nebeneinander, Alter, das sieht aus Wer sind das? Ähm Emra und Kasi Ne Da ist blau einer Ah ne Ist der Lukas Ja, Lukas auch Ja Oh Oh Boah Leitplanke, alles mitnehmen Nur heute Nein Wer war das denn der Spritzfübst? Was machst du? Prochi Ja Guck mal wie die vier da vorne alle nebeneinander sind ey Hey Hey, hey, hey Benehmt euch Hey Hört auf Nein Das sind solche Fotzen, Junge Wieso das? Ich hab nichts getan Oh Junge, du rennt wie Hahaha Jetzt hab ich ja Aber jetzt Ich bleib vor oben gleich, oder? Ui Das bleibt ja einfach stehen mitten auf der Strecke ey Vor allem mitten stehen, ich hab ja respawned Das ist doch dein Problem Warum respawnst du? Ja, weil die mich gefickt haben hier, die Noobs Ihhh Alter, wer was hat? Alter, wie so Lache Oh 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 Lukas, Vorsicht Das Jefferson Heine Winschatten Dann kommen sie wieder von hinten Scheiße Wer dreht mich denn da? Oh 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 Ihrer Abflöcher ich bin letzter Vorletzter Hey boh Eh Mein Platz ich geb dichs doch nicht ab Das geht's doch nicht. Ab mir, für dich. Ja, gut.